Die Zinkenverstellung. Um eine effektive Striegelarbeit zu erreichen, ist es notwendig, dass der Zinken 90 Grad zur Bodenoberfläche steht, sprich in einem senkrechten Winkel. Dadurch ergeben sich zwei Vorteile. Zum einen ist dadurch die weiteste Spanne des Federverhaltens der Zinken gegeben. Des Weiteren, zweiter Vorteil sozusagen, durch das Auftreffen der Bodenpartikel in einem senkrechten Winkel zum Zinken, wird eine intensive Bodenbearbeitung gewährleistet. Die Zinkenverstellung bietet sich jetzt mit zwei Möglichkeiten an. Zum einen über einen mechanischen Hebel, zum anderen werkseitig lieferbar über einen hydraulischen Zylinder, welcher aber auch nachgerüstet werden kann. Die Konstrukteure des Ackerstriegels 1200 M1 wollten auch die Lebensdauer der Zinken noch erhöhen und haben diesbezüglich das Zinkenende um 20 mm verlängert.